Little France erreicht die Küste Bulgariens. Eine wunderschöne Villa im Landhausstil mit vier Schlafzimmern, privatem Pool und einzigartigem Grillplatz. Villa Lavandin ist von den französischen Häusern der Provence inspiriert, wo die einfache Lebensart mit moderner Technologie kombiniert wird, um eine einzigartige Atmosphäre im Zuhause zu schaffen. In diesem neu erbauten Miethaus finden Sie das Beste aus Vergangenheit und Gegenwart. Die Villa Lavandin liegt in der Nähe des Albina Resorts und bietet einfachen Zugang zum Strand, einem größeren Lebensmittelgeschäft, einer Vielzahl von Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten. Allerdings werden Sie höchstwahrscheinlich überhaupt keine Lust haben, das Haus zu verlassen. Das Wohnzimmer befindet sich im Erdgeschoss der Villa und erstreckt sich über mehr als 50 Quadratmeter und vereint mehrere Bereiche. Eine Eingangshalle, eine Küchenecke mit Kochinsel, einen Esstisch und eine Ecke mit Sofas. Die Küche ist komplett ausgestattet mit Kühlschrank mit Gefrierfach, Elektroherd, Einbaubackofen, Geschirrspüler, Dunstabzugshaube, Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster und vereint all diese modernen Annehmlichkeiten mit dem Vintage-Dekor. Die Sofaecke ist Ihr besonderer Ort zum Entspannen bei einer Tasse Tee oder Kaffee, kombiniert mit einem guten Buch. Außerdem ist es Ihre Geheimwaffe, um Kinder mit den Fernsehsendern zu beschäftigen. Im ersten Stock finden Sie außerdem einen Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine, Waschbecken und Toilette. Auf dieser Etage befinden sich auch zwei der Schlafzimmer. Eines davon mit zwei Einzelbetten und einem kleinen Badezimmer gegenüber dem Schlafzimmer. Das andere Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und einem angrenzenden Badezimmer ausgestattet. Die beiden Zimmer im ersten Stock haben direkten Zugang zum Innenhof und Pool der Villa. Die Innentreppe führt in die zweite Etage, wo sich die restlichen zwei Schlafzimmer befinden. Eines mit zwei Einzelbetten und das andere mit einem Doppelbett. Beide Schlafzimmer verfügen über angeschlossene Badezimmer für mehr Komfort. Jedes Detail in der Villa Lavandin wurde durchdacht, um dieser Finca eine möglichst gemütliche und einladende rustikale Atmosphäre zu verleihen. Alle Schlafzimmer und die vier kleinen Badezimmer im Haus sind mit vielen Details ausgestattet, die den Räumen Wärme und den besonderen provenzalischen Schick verleihen, in den sie sich verlieben werden. Dieses Landhaus ist großzügig mit einer Mischung aus Antiquitäten ausgestattet und jedes dieser Stücke scheint seine eigene Geschichte zu erzählen. Die Gemälde an den Wänden und all diese kleinen Details lassen das Haus so lebendig und gefühlvoll wirken. Auf der linken Seite des Hauses befindet sich ein Außenbereich mit einem Steingrill und Gartenmöbeln. Ein herrlicher Ort für ihr stilvolles Essen im Freien. Auf der Terrasse am Pool zu entspannen ist eine der größten Freuden des Lebens, besonders wenn dazu ein gutes Buch gehört. Dort finden Sie reichlich Abkühlung von der heißen Mittagssonne, aber auch Schutz bei windigem Wetter. Am Grillplatz der Villa Lavandin können Sie sich entspannen und die Stille genießen, vor allem wenn Sie es geschafft haben, die Kinder nach dem Strand zum Schlafen zu bringen. Und wenn die Kleinen zu aufgeregt sind, um nachmittags ein Nickerchen zu machen, können Sie sie im Auge behalten, während Sie im Kinderbecken spielen. Erfüllt mit dem Duft der Lavendelbüsche im Garten, erzeugt die Sommerbrise das einzigartige Villa Lavandin-Gefühl. Der Pool der Villa Lavandin ist 9 Meter lang, 5 Meter breit und 1,5 Meter tief, mit einem Kinderbereich von 1,5 Meter mal 5 Meter mal 0,4 Meter. Der Zugang von der Straße zur Eingangstür der Villa erfolgt über eine Treppe, die möglicherweise nicht für Menschen mit eingeschränkter Mobilität geeignet ist. Zum Haus gehören drei bis vier Parkplätze, die nicht mit einem Zaun, sondern mit Parkklammern gesichert sind. WLAN ist verfügbar und das Anwesen ist vollklimatisiert. Somit eignet sich dieses im französischen Stil erbaute Landhaus auch ideal zum Arbeiten und Wohnen unter einem Dach.